Wo kommen die denn alle her? Was, stehe ich hier falsch oder was? Ich stehe ja voll aufs, aufs, auf den Sack, ey. Ne, ich bin hier richtig. Also, ich bin hier richtig. Aber die sind da irgendwie, glaube ich, nicht richtig, oder? Gut, let's go. DARPA Forschungslabor. Gehen wir mal rein. Gucken wir mal. Gucken wir uns mal die Geschichte an hier. Wie schaut's eigentlich aus in meinem Inventar? Gut. Sieht noch gut aus. Muss noch nix lernen. So, einmal. Off. Kaputte Ding. Das war's. So, weiter. Das DARPA Forschungslabor. Wer kennt's nicht? DARPA Forschungslabor. Wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen. Ich hab auch gar nicht zugehört, was die TUS gesagt hat. Was hat die denn gesagt? Hat die irgendwas, hat die irgendwas in der, in der Richtung gesagt? Ist hier noch irgendwas drin? Kann man da rüber? Ne, kann man nicht, ne? Hier kann man auch nix machen. Was soll ich denn hier tun? Soll ich hier runterjumpen, oder was? Alter, ganz schön düstern, ne? Ich hoffe, man erkennt was. Ich mein, ich glaube aber, das passt schon. Ihr seht genauso viel wie ich. DARPA Forschungslabor. Oh, hier sind Gegner. Hier sind Gegner. Da ist einer. Ja, hier bin ich. Habt ihr mich nicht gesehen? Das ist ein Geschütz. Ach was. Das ist ein würdigen Geschütz. Hätte ich jetzt gar nicht erkannt, ey. So. Noch einer. Und noch einer. Die kommen gar nicht zum Zuge, ne? Die bekommen direkt aufs Maul, Alter. Da sehe ich die natürlich nicht. Da kann ich natürlich gar nix machen. So. Erledigt. Durch das Hochwasserschutzsystem navigieren. Ja, wenn es sonst keine Probleme gibt, Alter. So. Hochwasserschutzsystem. Navigation. Gucken wir mal. Tschu. Ich gucke mich vorher noch mal ein bisschen oben, bevor es weitergeht. Eh klar. Warte mal. Die Drohne muss auf jeden Fall weg. Drohne ist zu viel. Echo 2, hier Brenner. Wie weit sind die Sprengsätze? Gelegt, aber nicht scharf. Dann macht mal schneller, ihr seid nicht allein da unten. So. Sind die Gegner? Ich sehe noch keine Gegner. Das ist eine Hauptmission, oder was? Was war denn das andere? War das keine Hauptmission? Das war doch auch eine Hauptmission, oder? Wo ich den Typen gekillt habe. Schon. Sieht ein bisschen so aus wie die Klappe von Watch Dogs Legion. So, nach unten. Schon ziemlich geil gemacht. Und mit den 60 FPS, Alter. Das geht ja richtig. Aber guck mal, hier ist der Hund. Ja. Da haben wir ihn wieder. Kackviech. Zwei Hunde. Okay. Da sehe ich überhaupt keine Probleme. Ich mache den hier. Mir wurde gesagt, du sollst auf die Füße schießen. Warum mache ich das schon wieder nicht? Besseln, oder? Wir sind hier im Hundezwinger, Alter. So, der ist auch an. Junge, geht drauf. Verdammt, die Kampfhunde sind erledigt. Die Kampfhunde. Guck mal, hier sind die ganzen Teile, Alter. Diese Dinger. Das kenne ich nicht. Weiß ich nicht. Habe ich noch nicht gesehen. Geschütz. Das ist aber ein bisschen größer dargestellt. Das ist doch mein Geschütz, oder? Was ich habe. Das ist doch das, was ich hier bei mir trage. So, da geht es auf jeden Fall weiter. Ich gucke mich hier hinten nochmal um. Man weiß ja nie. Man weiß ja nie. Vielleicht gibt es hier irgendwie eine Special Weapon. Eine Spezialwaffe, die ich eventuell noch verwenden könnte. Ich gucke mich hier. Okay. Hier noch irgendwas? Ne. Ah, schon ziemlich cool gemacht. Gegner? Irgendwo? Kann man da nicht rein? Was hat das denn für ein Blödsinn? Kann man da nicht rein? Das sieht nicht so aus. Gut. Äh, Spiele suche ist immer noch aktiv, ne? Biotechnik-Labor erreichen. Bereich sichern. Ja, okay. Machen wir gleich kaputt. Irgendwie. So, eins, zwei. Aktives Strom-Terminal erkannt. Da ist noch irgendwo ein Gegner. Dann sehen wir, ob er den Strom abschreiten kann. Ja, moin. Was ist denn das? Ist doch ein Gegner, oder? Ein richtiger? Das müsste doch ein richtiger, echter Mensch-Gegner sein. Mensch-Gegner. Da war noch ein, da war noch ein echter Mensch-Gegner. Und da ist irgendwas. Da muss ich händisch hin, oder was? Junge, Angriffsdrohnen. Junge, mach die mal kalt, oder so. Soll ich da einfach mal hinrennen? Ich meine, die haben das ja unter Kontrolle hier. Denke ich. Weil da würde ich mich mal hier hin machen. Und mal das Ding hier. Privieren. Oh, ich muss hier bleiben? Ja, moin. Okay, dann bleibe ich hier neben mir. Weil da ist mein Geschütz. Das steht eh gut. Alter. Wo kam die denn jetzt her? Hier ist nochmal so ein Teil. Warte mal. Aber da kann ich nichts machen. Noch nicht. Jo, Bruder. Hol den mal weg da. Alter, wie viele sind denn hier? Dieses scheiß Drohnen, ey. Die kotzen mich ja voll an. Es war irgendwas gestoppt hier. Alter, wo kommen denn diese ganzen Drohnen her? Das ist schon wieder so ein Scheißteil. Aufpassen, dass ich hier nicht draufgehe. Ich seh dieses Kackteil auch nicht, ey. Da ist noch einer. Schon wieder. So, jetzt kommen meine Angriffsdrohnen hier, Alter. Oh, ich hab einen Elektroschlag bekommen. Nein! Ich muss doch hier rüber, Bruder. Chill. In der Nähe bleiben. Ja gut. Wird schon irgendwie hinhauen hier. Wo kommen die denn alle her? Was? Stehe ich hier falsch oder was? Ich geh ja voll aufs... Aufs... Auf den Sack, ey. Ne, ich bin hier richtig. Also, ich bin hier richtig. Aber die sind da oben, glaube ich, nicht richtig, oder? Ja, lag mich doch mit deinen Angriffsdrohnen, Alter. Müssen wir gleich mal wegholen, hier die Kackpicher. Ich lasse schon wieder viel zu oft nach, ey. Noch einer? Was? Noch einer. So, und jetzt? Oh, na, Halleluja, Alter. Beeilung. Wir müssen diesen Bioreaktor sichern. Bioreaktor. Traktor. Ich fahr gern Traktor. Ach, man hätte auch da hoch können. Ja, moin. Du, 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 du. So. Dann haben wir hier noch Medipack. Noch mal Medipack. Jo, Drohne, du kannst mal weggehen, weil ich brauch dich eh gleich wieder. Wollte nur noch mal abchecken, was hier so abgeht. Biotechniklabor erreichen. Ja, dann erzähl mir hier mal was. Wo muss ich denn hin? Hier wahrscheinlich nicht, aber ich guck trotzdem mal. Vielleicht ist hier noch irgendwas? Aha. Aha. Mehr, mehr, mehr. Mehr, mehr, mehr. Okay. Okay. Ist hier noch irgendwas? Hier ist ja gar nichts. Wie kann das denn sein, Alter? So ein Riesenraum und kein Inhalt? Muss ich aber los. So, guck mal. Hier ist was drin. Aber es sieht so aus, als wenn ich da von der anderen Seite nur reinkomme. Ich hab da das gesehen, wie das funktioniert. Kopfschuss. Weg ist er. Guck mal, hier sind noch Nummer 5. Nummer 5. Nummer 5. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. So, und hier müssen wir noch mal rein. Oder hinten. Äh, da. Eingehender Notruf. Alles klar, Alter. Ich bin grad in der Mission. Wie viele Leute muss ich sterben sehen, bevor ich pessimistisch werde. War schon wieder so ein Sniper-Ding, Alter. Kann ich überhaupt nicht gebrauchen, eine Sniper-Teil. Sicher. Was wollen die machen? Mich abmahnen? Dann kannst du die Siegel selbst anbringen. So. Wem willst du mich überhaupt melden? Die HR wurde als nicht essentiell deklariert. Nischt. Agent braucht Verstärkung. Ja, Agent braucht Verstärkung. Hab ich gesehen. Ist nur absolut grad schlecht. Wenn du in der Hauptmission bist, ne? Hier ist nochmal so ein Roboter, Alter. Robo-Hund. Mein Robo-Freund. Auffüllen? Lündern. Bioreaktoren sichern. Ui. Uiuiui. Ist das ein Heiler? Warte mal. Mach mal den Hund erstmal weg, Alter. Scheiß Viech, ey. Schon wieder fast down hier, ey. Erstmal muss der Hund weg. Danach können wir uns um den Rest kümmern. Schon wieder ein Hund? Ja, moin! Habe ich eigentlich hier noch was? So, dann holen wir den gleich mal weg. Junge, wo campen die denn alle? Ich war doch noch gar nicht im Camp Oak Island, oder wie das hieß. Jetzt noch eine Verstärkung. Ich glaube ja fast, dass ich da reingehen muss. Dann geht das Tor runter. Guck mal, jetzt ist dieser Notruf jetzt weg. Da ist wie ein Endgegner. Ich hab das gewusst, ey. Da oben ist er. Muss mal ganz schnell auf die andere Seite. Dass ich erstmal ein bisschen... ...bisschen was wegmachen kann. Ich bin eine Verteidiger-Drohne schon wieder. Wer das schon wieder höre mit diesen Drohnen, Alter. Dann krieg ich schon wieder einen Anfall. So. Da ist er. Der Bursche. Da ist auch noch ein... Oh, ich muss noch warten, Alter. Ich bin hier ein bisschen... Ja, das hat hier ja überhaupt nichts gebracht. Trottel. Oh, ich bin auch ein Idiot, ne? Manchmal ist echt... Jetzt ist leer. Jetzt ist die Kiste leer. Ja, jetzt muss ich es mal brauchen, Alter. So, der ist down. Wen haben wir noch da? Der Robohund. Wo ist der Robohund? Ach, ne. Das ist ein normaler Hund. Du Hund! So, Zugang zum Belüftungssystem erhalten. Können Sie durch die Lüftung weiter. Okay. Können wir durch die Lüftung weiter. Ich würde mal wissen, wo ich hier noch irgendwie Muni bekomme oder so. Warte mal, da ist noch so ein... So ein Ding. Sieht aus wie so ein Trainingsfeld hier, die Kiste. Wo die Leute trainieren können. So, gucken wir mal. Gehen wir mal nach oben. Düm, 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 düm. Mhm, 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 mhm. Black Tusk. Schließfach. Entdeckt. Ich habe einen Schlüssel. Das hier? Was? Stand da 16 von 1? Ich habe doch keine 16 Schlüssel, oder? Das wäre ja ganz neu. Das wäre ja eine ganz neue Geschichte hier. So. Ich hoffe, da ist mal was Gutes drin. Das ist alles nur so ein Schrott, ne? Was soll ich damit? Waffen kann man irgendwie kalibrieren damit? Also, indem man irgendwie alte Waffen zerlegt und dann die neuen nimmt, oder so. Ich muss sagen lassen. Elko-Leader, die Sprengsätze sind bereit. Elko-Leader ist tot. Scheiße! Wir sehen uns oben mit dem Reaktor. Einen Weg in das Biotechnik-Labor finden. Ich dachte, da war ich eben schon, Alter. Junge, die verarschen mich hier doch dauernd. Dauernd werde ich hier verarschen, Alter. Wollte ich dagegen ballern, oder was soll ich da machen? So. Das ist mein Weg. Ist da noch so ein Teil? Gibt es da noch was anderes? Oder war das alles? Spring doch mal runter, Junge. Das ist doch... Das ist doch nicht wirklich weit. Halt! Haha! Guck mal da unten. Wasser. Das war's. Was ist das Dunkel hier, ey? So. Jetzt können wir da durch. Jetzt ist auch grün, der Kanal. Das heißt, jedes Mal, wenn die Techniker da durchgegangen sind, haben die das Ding kaputt geschossen. Und dann, äh... Geht er rein. Gegner? Dahinten gibt's noch so ein Sammelding. Gut, da kriegen... Kommen wir so nicht rein. Müssen wir außen rum. Gut, das holen wir noch hier. Die Geschichte. Und das hier. Und das hier. Ich hab sie viermal geprüft. Es ist alles erledigt. Schade es nicht, das nochmal zu prüfen. Das DCB hat sowieso kein Virus-Datikum. Das funktioniert. Noch nicht. Okay. Hä? Bin ich von hier gekommen? Ich kenne mich die Arbeit davon ab, wie schlimm es wirklich ist. Von hier bin ich nicht gekommen, ne? Wo bin ich denn gekommen? Von der Mitte irgendwie, ne? Ich bin verwirrt. Wo bin ich? Gut, ich muss auf jeden Fall hier lang. Ich glaube, ich habe auch alles eingesammelt, soweit. Ja, endlich mal auffüllen. Okay, da sind Gegner. Ich schmeiß mein Geschütz einfach mal da runter. Wahrscheinlich die bessere Option, wenn er da unten irgendwas wegholt. Da ist ein Digga. Ja, moin. Aber der ist auch gleich weg. Der braucht nicht mehr viel. So. Der ist weg. Hä? Habe ich den noch nicht gekillt? Doch. Der ist weg. Der ist weg. Junge, was ist denn das hier für ein lautes... Was ist denn hier los? Bin doch nicht eingebrochen. Das Labor sichern. Das ist meine... Das ist meine... Mission jetzt hier. Ich glaube, der noch und das war es dann, oder? Bio-Reaktor sichern. Durch die Bresche. Wo ist es? Wo ist das tragbare elektronische Gerät? Müsste eigentlich auf meiner Etage hier sein. Ich sehe es nicht. Sonst sind manche so... Einfach eingesammelt. So, ich kann da aber noch nicht runter, weil ich muss da nochmal schnell rüber. Ich muss da nochmal das gelbe Ding da holen. So, jetzt müsste ich eigentlich alles haben, soweit. Ja, entlassen. Entlassen ist genau der richtige Punkt. Oder das richtige Wort in dem Fall. Junge, das geht mir auch auf den Sack. Komm, da geh mal runter, da. Muss ich mich da runterlassen, oder? Jo. Ich soll irgendjemanden verfolgen. Auf dem Kahn. Ich schicke ihn jetzt zu Ihnen. Ich weiß nicht genau, was ich mit dem Ding machen soll. Irgendwas leckt huskomm hier, aber... Ich glaube, ich muss das Ding verfolgen. Ich glaube, ich muss da hinterher rennen. Weil das bewegt sich ja, das Scheißteil. Diese Tunnel scheinen auf keinem Plan zu sein. Sie sind vorerst auf Sicht gestellt. Scheiße. Jetzt hat er das irgendwie irgendwo hingestellt, hier. Weiter geht's. Ich muss da einfach durchjumpen. Beziehungsweise rennen. Dann haben wir hier raus. Da sind welche. Muss ich irgendwie rüber? Ah, hier. Guck mal. So. Und jetzt? Jetzt hier lang. Ich mache einfach mal, was mir gesagt wird. Kann ja eigentlich nicht falsch sein. Oh, da drüben ist auch noch einer. Okay, der ist weg. Wer ist denn noch? Äh, wo ist er denn jetzt? Ja, einen Treffer brauche ich noch. Will den halt nicht verlieren, ne? Ich weiß nicht, ob man den verlieren kann. Aber ich glaube, er muss einfach nur diese Teile aufmachen. Dann fährt er einfach weiter. Und nun? Oh, gegenballern oder was? Einen Weg finden, das Tor zu öffnen. Ja. Also doch daran. Also doch daran schießen, Alter. Joa, moin, Alter. Was geht los hier? Boah, das ist ein Digga. Aber irgendwie trifft der nicht, Alter. Guck mal, die Drohnen da weg. Das ist doch eine Drohne. Finde ich jetzt gar nicht mal so kompliziert, ne? Nur, dass meine Munition dauernd leer ist. Da ist noch einer. Da war noch einer. Irgendwas mit Obstschüsse habe ich schon wieder geschafft. Oh, ey. Da waren irgendwelche Stufenanstiege, ey. Auf die Kransteuerung zugreifen. Wo ist denn die Kransteuerung? Da drüben. Warte mal. Drohne muss mal, äh, weg. Erstmal hier ein bisschen auffüllen und so weiter. All right, all right, all right. Mal hier unten glotzen. So, alles klar. Die sind voll. Ich gehe mal davon aus, dass es jetzt gleich nochmal abgeht hier. Dann gehe ich gleich mal hier hin. Wir haben das Paket verloren. Alle Einheiten im Bereich eingreifen. Alle anderen zum Helipad. Gut. Richtig ruckballern da. Richtig schön. Versuche gleich mal die ganzen anderen da wegzuholen. Damit wir die zusorgen. Jetzt nochmal den Hund. Hund ist down. Ich hole mir den da. Der ist down. Oh, ein Digga. Ich hole dann mit einmal den da. Und jetzt den Digga. Aber ich habe ja hier noch meine Spezialwaffe. Mach mal den erstmal weg, klar. Läffe ich den nicht? Bin mir nicht sicher, wo der hin will, der Kollege. Alter, ich treffe den nicht. Oder was ist da los? Ah, jetzt. Nice. Nehmen wir nochmal was mit. 1000 XP habe ich gerade bekommen. Wahnsinn. 1000 XP in diesem Spiel. Ich kann nicht beschreiben, was das für ein Gefühl ist. Es ist einfach der absolute Oberwahnsinn. 1000 XP. Meine Fresse. Und was haben wir hier noch schönes? Aufklärungsholz da. Was kann es schöneres geben? So, da haben wir alles, oder? Können wir eigentlich weiter. Warte mal, ich muss ja die Drohne nochmal deaktivieren hier. Damit ich die gleich wieder einsetzen kann in 30 Sekunden. ansonsten bin ich eigentlich fein hier. Hier gibt es sonst nichts. Das Ding wurde da rüber gezogen und irgendwie hier abgeladen. So, letzter. Zum Helipot. Warnung, keine Neustatione. Ja. Braucht man ja nicht unbedingt, ne? Als ob ich eine Neustatione bräuchte, Alter. Als ob. Oh, Gamer. So. Da kann man rüber. Und da gibt es auch was. Was kann man denn da machen? Das Helipot erreichen. Okay, das machen wir noch nicht. Ich gucke mich hier erstmal nochmal kurz um. Wahrscheinlich gibt es hier noch irgendwas. erstens zum Plündern, zweitens vielleicht noch so ein Audio... so ein Audio-Mitschnitt. Junge, hier gibt es Dosen, Alter. Es gibt Dosen. Dosen. So. Da wäre ich sowieso rübergegangen. Gut. Das war es, glaube ich. Hier gibt es nicht mehr. Also so, wie ich das eingeschätzt habe. Ich sehe hier nichts weiter. Kann man hier noch irgendwie rein? Also da sind noch welche. Aber da muss man wahrscheinlich irgendwie an die Tür schießen. Und dafür sehe ich einfach zu wenig. Da schießen sie ja blind. Oder muss man hier irgendwo auf so ein elektronisches Ding rufballern? Eigentlich, ne? Da wird wahrscheinlich von innen wird da so ein... Guck mal da. Hä? Aber da gab es eben einen Kurzschluss, ne? Ja, ansonsten. Ich sehe halt nicht, wo ich hinballern muss. Das ist mein Problem. Aber hier geht es auch nicht weiter, oder? Vielleicht da hinten irgendwie reinkommt? Nee. Schade. Oder es gibt noch so ein elektronisches Ding. Irgendwo. Kabel. Ist einfach viel zu dunkel, Alter. Ist einfach viel zu dunkel. Du kannst auch hier nichts... Ja, scheiß drauf. Da geht's. Hier geht's auch nicht weiter. Ich versuche ja immer schon, dass man das irgendwie... Dass man das trotzdem irgendwie lösen kann. Aber ich bin jetzt gerade ein bisschen los hier. Hier, guck mal. Ha! Jetzt! Guck mal, hier ist grün geworden. Nice. Auch noch geschafft. So, hier in der Ecke war noch ein Koffer. Mit einer Pumpe. Einmal plündern. Habe ich natürlich alles nicht mehr gebrauchen, weil... Ich habe ja da schon mein Set. Mein schönes Set ausgerüstet. Äh, ausgerüstet. So, let's go. Gehen wir hoch. Gehen wir hoch. Gucken wir mal. Ob wir da irgendwas finden. Äh, ob wir irgendwas finden. Ja, genau. Was für Geschütze, Junge. Mhm. Mhm. Dung, dung, dung. Bioreaktor zurückerobern. Ja. Ich guck mal schnell, wo ich mich, äh... Wo ich mich einkämpfen kann. Automatische Geschütze erkannt. Automatische Geschütze. Es steht ein Hubschrauber bereits, der den Bioreaktor bergen kann. Sichern Sie den Bereich und geben Sie dann ein Signal. Tja, okay. Gut, erster Geschütze ist weg. Oh, wo hat denn der das wieder hin, hier? Oh, hier, vorne. Was für Daten? Spezialisierungsdaten? Ach, das ist dieses Geschütze, ne? Da kann ich gar nichts machen. Ui. Ui. Bruder, was war das denn? Ich muss irgendwie an dieses Geschütze ran. Durch. Durchkommen. Ist das der Boss da hinten? Warte mal, ich renne mal kurz. So. So, das, das ist down. Jetzt können wir hier den Rest machen. Die sind aber auch gut ausgerüstet, ne? Also, kannst, kannst nichts anderes sagen. Da kannst nichts anderes sagen. Die sind, äh, relativ gut. Ich komm da gar nicht ran an den Typen. Ich seh den gar nicht, hä? Ach so, der hat da so'n... Woran seh ich denn? Wer da wohin schießt? Ich seh da nicht mal so'n Balken, Alter. Ach, da oben ist der Balken. Na ja. Dann muss ich jedes Mal da oben hingucken. Nein, heil dich nicht, Junge. Jetzt hat er sich geheilt, ey. Ich dreh durch. Wahrscheinlich heilt der Typ sich dreimal, ey. Ich seh schon kaum. Ich brauche Sannis, sofort. Brauchst du denn eigentlich Schnauze, Junge? Guck mal, ich hab noch drei von denen. Ui, Bruder. Warte mal. Ich muss mal ganz schnell weg hier. Oh Mann, kaputt, Mann, kaputt, Mann, kaputt. Ja. Perfekt. So, Bereich sichern. Das heißt, nur noch die Rest liegen hier. Also, manchmal treffe ich auch gar nix. Manchmal treffe ich nix. Ich seh nicht mal mehr diese Balken drüben. Also, wenn die so weit weg sind, seh ich diese Balken nicht mehr. Jetzt wurde es angezeigt. Ich lade schon wieder nach, Alter. Ich muss mir das echt mal abgewöhnen, dieses dauernde Nachladen. Jetzt die Leuchttrakete. Bergungsziel. Was für eine Leuchttrakete. Bergungssignal geben. Ich lade hier erstmal alles ein. So, und dann gehen wir da hin und dann wird da mal ein bisschen abgefeuert. Ach hier. Let's go. Auf die Bergung warten. Okay. Dann geh ich mal hier nochmal in Position. Ach, das ist schon die Bergung. Was soll ich jetzt machen? Hallo. Ich weiß nicht. Ach so. Passiert automatisch. Okay. Ach, die bergen das Ding. Mit dem... Mit dem Magneten. Weil da waren ja keine Seile dran. Also, ich hab keine gesehen. Und noch ne... noch ne Trophäe bekommen, Alter. Was ist denn das für ne Mission? Naja. Wurscht. Einsatz abgeschlossen. Ja, perfekt. Alter Pentagon. Was geht an? 04. Ach. holes. 2 5 5 6 Untertitelung des ZDF, 2020